Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Analyse von Borussia Mönchengladbach. Die Borussia ist ja ein Verein, wo es im vergangenen Sommer einen großen Umbruch gegeben hat. Rein finanziell war das ja nicht ganz so einfach, weil man auch in den vergangenen Jahren und auch im letzten Sommer Leistungsträger verloren hat und das auch noch ablösefrei. Deswegen ist das Thema auslaufende Verträge ein wichtiges in Gladbach und auch in der aktuellen Saison enden acht Verträge. Somit muss man sich natürlich damit beschäftigen, welche Verträge laufen aus, mit wem möchte man verlängern, mit wem möglicherweise auch nicht, wo wird es aber auch schwierig, Spieler zu halten und genau darauf blicken wir mal heute. Wie sieht die aktuelle Tendenz aus bei jedem Spieler? Wir werfen einen Blick auf die auslaufenden Verträge bei Borussia Mönchengladbach. Starten wir in diesem Video mit Hannes Wolf. 2020 von RB Leipzig ausgeliehen, 2021 auf Wunsch von Marco Rose. Damals er dann auch für satte 9,5 Millionen Euro fest verpflichtet. Und dann gab es 2022 eine Ausleihe zu Swansea City. Gladbacher Erfolgserlebnisse von Wolf gibt es hier auf jeden Fall kaum welche, die ich erzählen kann. Allein durch die hohe Ablösesumme ist er ein großer Transferflop. Unter Gerardo Ceuane spielt der Offensivmann keine Rolle. Seit einem Monat fehlt er ja zudem auch verletzungsbedingt. Generell haben ja auch Verletzungen Hannes Wolf immer wieder zurückgeworfen, wodurch er sich auch nahezu nie wirklich mal langfristig halten konnte oder zeigen konnte. Durch den Meniskusriss könnte sich allerdings auch möglicherweise ein Wintertransfer zerschlagen haben, denn das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Wäre für Gladbach nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen Geld einzunehmen und für Wolf wiederum die Chance, sich auch direkt ab dem Winter bei einem neuen Verein zu zeigen. Denn die sportliche Perspektive in Gladbach, die ist eigentlich nicht mehr gegeben. Wolf ist ein Streichkandidat unter Ceuane. Das war er auch schon zuvor. Seine Zeit im Borussia-Park wird somit spätestens im nächsten Sommer enden. Mit dem Transfer von Maximilian Wöber hat Roland Wirkus meiner Meinung nach auf jeden Fall vieles richtig gemacht. Durch den Abstieg von Leeds United konnte ja der Innenverteidiger kostengünstig auf Leihbasis kommen. Wöber hat sich allzufort Versteckung entpuppt, aber natürlich müssen wir auch bedingt durch diesen auslaufenden Leihvertrag auch hier über ihn sprechen. Man hat ja lange Zeit nach einem Linksfuß gesucht, der die Abwehrmitte verstärken kann. Wöber hilft Gladbach auf jeden Fall weiter. Im Sommer möchte man natürlich auch dann die ganze Geschichte gerne verlängern. Man möchte Wöber auf jeden Fall halten, aber da gibt es dann doch schon ein großes Fragezeichen. Denn wie man hört, plant Leeds United eigentlich schon mit dem Österreicher. Also man plant ihn auf jeden Fall wieder ein oder man möchte ihn eben teuer verkaufen. Ich meine, ein Marktwett von 14 Millionen Euro spricht auf jeden Fall mal dafür, dass die Engländer diesen Preis auf jeden Fall bekommen sollten. Wenn nicht sogar noch ein Ticken mehr. Und Wöber selber hat ja auch schon mal gesagt, dass er eigentlich gar nicht so geplant hatte, zwingend wieder aus England wegzugehen. Er sieht sich schon eigentlich grundsätzlich auf der Insel. Ein Verbleib in Gladbach, der hängt aber sicherlich dann vor allem erstmal grundsätzlich vom Finanziellen ab. War wie groß ist vielleicht auch das Transerbidget von Roland Wirkus für die kommende Saison? Wie sehr kann er dort ins Risiko gehen? Ich denke mal, er wird alles probieren, um Wöber lange zu halten, aber es gibt halt keine Kaufoption. Das heißt, du musst mit Leeds in die Verhandlungen gehen. Da würde es sicherlich auch nicht schaden, schon frühzeitig eine Lösung hinzubekommen, bevor Wöber jetzt noch richtig Top-Leistungen bringt, wodurch erst recht andere Vereine auf ihn aufmerksam werden. Und dann ist es natürlich schon sehr schwer, eine solche Ablöse zu stemmen. Also sieht es dann schon eher von der Tendenz her aus nach einem Abgang, aber vielleicht kann man hier noch ein bisschen was drehen. Dafür wird man sicherlich auch sehr viel probieren. Seit Juli ist ja das Thema Fußball bei Stefan Leiner sicherlich nicht mehr ganz so weit oben auf der Agenda, denn er hielt ja dort die Diagnose Lymphknotenkrebs. Der 31-Jährige befindet sich ja aktuell, wie man hört, in seiner Heimat Österreich und arbeitet daran, die Krankheit hinter sich zu lassen und natürlich auch dann in den Profifußball zurückzukehren. Und wie man hört, wird das auf jeden Fall in Gladbach passieren. Zum einen, weil sein Vertrag natürlich noch bis zum nächsten Sommer läuft, aber eben auch, weil die Fohlen genau diesen auslaufenden Vertrag verlängern möchten. Denn sobald sich Leiner während oder nach seiner Therapie bereit für die Gespräche fühlt, wolle der Bundesligist auch dann nochmal die genauen Details klären. Einen konkreten Zeitplan für Leiners Rückkehr gibt es bisher auf jeden Fall nicht. Ein Verbleib in Gladbach ist aber wahrscheinlich. Und rein sportlich gibt es natürlich dafür auch gute Argumente. Joe Skelly als junger rechter Verteidiger hat immer noch Leistungsschwankungen mit drin, muss sicherlich nochmal ein paar Schritte gehen. Und wenn man dann eben dahinter einen fitten Stefan Leiner hat, vom Typ, wie er sich auch gibt, der immer alles reinschmeißt, dann kann das sicherlich nicht schaden. Macht eben auch auf sportlicher Ebene Sinn. Auf der Sicherheitsebene eben auch für den Spieler natürlich ein starker Rückhalt, den Gladbach hier bieten kann. Und durchaus überraschend war für mich bei Tobias Sippel die einjährige Vertragsverlängerung im April. Denn seinen Status als Nummer 2, den hatte er damals schon verloren. Seit mehr als 8 Jahren ist ja Sippel Gladbacher. Er war lange Zeit wichtiger Stellvertreter von Jan Sommer. Aber aktuell ist er eigentlich nur noch die Nummer 3, wenn nicht sogar die Nummer 4. Denn Moritz Nikolas ist in der Hierarchie vor ihm. Klar, Jonas Omlin fehlt aktuell Verletzungsbedingung. Deswegen sitzt Sippel auf der Bank. Aber Nikolas ist in der Hierarchie auf jeden Fall vor ihm. Und Olschowski wird natürlich auch in der Zukunft noch ein bisschen was zugetraut. Trotzdem nimmt Tobias Sippel diese Rolle voll an, unterstützt seine Kollegen und ist eben auch einfach da, wenn er gebraucht wird. Und deswegen erscheint aus meiner Sicht zumindest mal eine erneute Verlängerung um ein Jahr ganz gut möglich, wenn eben alle Beteiligten auch weiterhin damit so zufrieden sind. Einer der größten Pechvogel überhaupt in der Bundesliga-Geschichte ist sicherlich Mamadou Ducouré. Seit 2016 steht er bei der Borussia unter Vertrag. Zig Verletzungen haben den Franzosen aber immer und immer wieder zurückgeworfen. Das ist ja wirklich schon der Wahnsinn im negativen Sinne. Im Sommer gab es ja dann auch bereits Abgangsgerüchte. Ein Transfer unter anderem in seiner Heimat hat sich allerdings zerschlagen. Und aktuell fehlt der Ducouré erneut verletzt. Man will ihn aber nicht komplett vor die Tür setzen. Denn über die U23 soll er wieder integriert werden. Im Sommer muss man aber dann noch den Vertrag auslaufen lassen. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Und vielleicht mit etwas Glück bekommt dann auch Ducouré nochmal einen sportlichen Neuanfang bei einem anderen Verein. 15 Minuten Einsatzzeit lautet die Saisonbilanz von Patrick Herrmann. Er steht zwar auf dem Kader, dreimal war er allerdings auch schon auf der Tribüne, keinmal in der Startelf und es gab dann eben in Summe nur einen Kurzeinsatz gegen den 1. FC Heidenheim. Sportlich ist Herrmann natürlich schon längere Zeit nicht mehr ganz so wichtig. Und das Seohane sind seine Einsätze aber sogar noch mal weniger geworden. Trotzdem weiß natürlich Herrmann auch ganz genau um seine Rolle. Er meckert nicht, schmeißt sich rein. Denn rein sportlich kann er sich eben auch nicht mehr wirklich in den Fokus spielen. Weil wenn er reingeworfen wird, auch in der vergangenen Saison war das so, ja dann war das eben mal gut für einen Kurzeinsatz. Vielmehr aber halt auch nicht. Ein Karriereende nach der Saison ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Ein Vereinswechsel wird es hier auf jeden Fall nicht mehr geben. Typisch Gladbach wäre es allerdings wiederum auch eine Verlängerung, um ein Jahr mit Patrick Herrmann anzupeilen. Das ist gar nicht negativ gemeint. Denn so ein Gladbacher Urgestein zu haben wie Patrick Herrmann ist unglaublich viel wert. Das ist ein toller Typ. Das ist ein Gladbacher durch und durch. Und wenn du eben dann so einen Kaderspieler hast, der überhaupt nicht meckert, der im Training alles gibt, der für Konkurrenzkampf sorgt, für die Mitspieler wichtig ist, dann macht man da auf jeden Fall nicht viel verkehrt, möglicherweise auch noch mal seinen Vertrag zu verlängern. Und ähnlich ist die Situation ja auch beim zweiten Gladbacher Urgestein, Toni Janschke. Hier stehen immerhin drei Joker-Einsätze zu Buche, viel mehr aber eben auch nicht. Allerdings weiß auch Janschke um seine Rolle. Sein Körper würde ohnehin nicht mehr laut eigener Aussage 34 Ligaspiele schaffen. Als Typ und mit seiner Erfahrung bleibt auch Janschke wichtig. Ähnlich wie bei Herrmann ist eine einjährige Verlängerung auf jeden Fall möglich. Nach der Karriere wird es auf jeden Fall auch dann einen Anschlussjob im Verein geben. Ein Transfer ist auch hier auszuschließen. Neben Thomas Cavanchara hat ja Virkus mit Jordan noch einen zweiten Stürmer an Bord geholt. Und er ist hier unser letzter Spieler in der Liste mit einem auslaufenden Vertrag. Jordan kam ja auf Leihbasis von Union Berlin. Er kannte Seohane bereits zuvor und stand vor seiner Verletzung auch immer auf dem Platz. Und seine Bilanz, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Zwei Tore und zwei Vorlagen, sprich vier Scorer in acht Spielen sind auf jeden Fall ein guter Start. Da ist natürlich noch Steigerungspotenzial mit drin. Aber ich denke mal erstmal waren damit auch alle zufrieden. Nach der Saison brisitzt die Borussia eine Kaufoption. Diese soll wohl wie man hört bei 5 Millionen Euro liegen. Das wäre auf jeden Fall mehr als marktwertgerecht. Sogar unterhalb des Marktwertes. Und je nach Weiterentwicklung ist es für mich auch gut vorstellbar, dass man Jordan dann auch fest verpflichten wird. Kommen wir somit nochmal zur Übersicht. Verbleib ja oder nein? Wie sieht es aus bei Borussias Kaderplanung? Ich denke mal gut möglich ist eine Vertragsverlängerung von Stevie Leiner. Das hat man ja auch bereits gehört. Eine einjährige Verlängerung kann ich mir auch bei den erfahrenen Sippel, Hermann, Janschke vorstellen. Macht man von den Typen mehr sicherlich nicht viel falsch. Rein sportlich sind sie halt nicht mehr ganz so wichtig. Wichtig sind sportlich hier natürlich aber vor allem Wöber und Jordan. Aber da muss man nochmal so ein bisschen abwarten. Bei Jordan vor allem wie er sich präsentiert, wie er sich weiterentwickelt. Dann hat man den Preis auf seiner Seite, den man hier bezahlen kann. Bei Wöber ist es für mich sportlich schon klar. Da wäre es wichtig ihn fest zu verpflichten ohne Kaufoptionen. Plus bei diesem hohen Marktwert und dann noch ein Spieler, der bei einem englischen Verein in der Vertrag steht. Wird das aber schon sehr, sehr schwierig. Verträge von Wolf und Ducoret werden auslaufen, werden sicherlich auch nicht verlängert. Alles andere wäre dann schon eine wirklich große Überraschung. Und somit kann man hier auf jeden Fall nochmal als kleines Fazit ziehen, dass ja einen großen Umbruch Gladbach bereits im Sommer vollzogen hat. Unter anderem war ja eben auch dort das Problem, dass Leistungsträger ablösefrei gegangen sind und man eben dann kein finanzielles Entgegenkommen sozusagen hatte. Diese Problematik hat man jetzt auf jeden Fall nicht, zumindest mal nicht bis auf die Leihspieler, denn es macht es natürlich einfacher, dass diese auslaufenden Verträge jetzt nicht bei den ganzen Leistungsträgern so sind. Klar ist aber auch, die Gespräche werden logischerweise bald geführt. Auch da hat Roland und Wirkus ein bisschen was zu tun, aber die Ausgangslage, die ist sicherlich schon einfacher als noch vor ein bis zwei Jahren. Und jetzt seid natürlich auch noch ihr gefragt, welchen Vertrag würdet ihr verlängern, was seht ihr möglicherweise anders als ich und auf welchen Fallen sollen wir hier in diesem Format nochmal genau drauf schauen. Schreibt all das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.